Willkommen im Vollfix-Kanal. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die MarketWatch-List einstellen und Ihre Grundfunktionen kennenlernen. Wenn wir also auf den Chart-Button im Kontrollpanel klicken, öffnet sich ein Chart, der bereits mit der MarketWatch-List verknüpft ist. Über die Schaltfläche Link können Sie die MarketWatch-Liste mit geöffneten Fenstern verknüpfen. Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen einer Link-Funktion finden Sie in unserem Channel. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Um ein neues Instrument zur Marktbeobachtungsliste hinzuzufügen, geben wir den Ticker in das Suchfeld ein. Dann fügen wir ihn mit einem Klick zur Liste hinzu. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf einen Ticker klicken, können wir dem Diagramm eine leere Zeile hinzufügen, alle Ticker aus der Watch-Liste entfernen, einen Ticker in der Liste nach oben oder unten verschieben, eine bestimmte Zeile entfernen oder seine Farbe ändern. Fügen wir also eine leere Zeile in die Watch-Liste ein. Nennen wir sie US-Eshtox. Auf diese Weise können wir Watch-Listen nach Kategorien erstellen. Fügen Sie mehrere Ticker hinzu. Verschiedene Kategorien und so weiter. Nachdem wir eine Beobachtungsliste erstellt haben, können wir sie unter eSetup-Menü Save-Symbol List speichern. Geben Sie einen Namen an. Dann kann es über das Menü Ihr Lot-Symbol List e geladen werden. Wenn wir mehrere Beobachtungslisten benötigen, können wir ein zweites Marktbeobachtungsfenster im Menü Component Statistics Market Watch e öffnen. Auf dieselbe Weise können Sie die Watch-Liste einrichten oder eine vorgefertigte Liste laden. Wir können auch Charts öffnen, die bereits verlinkt sind. Oder diese Market Watch-Liste mit anderen VL-Fix-Fenstern verknüpfen. Und dann schauen wir uns die Grundeinstellungen der Market Watch-List an. Setup-Clear-Symbol-List-Ö ermöglicht es Ihnen, das Suchmenü für Ticker zu löschen, die wir bereits zuvor durchsucht haben. Mit E-Change-Columns können wir die Anzeige der gewünschten Spalten anpassen. Er-Symbol-Lookup ist die Suchfunktion des Instruments. Und hier Market Watch-List-Settings, hier können wir die Schriftart ändern oder einige Farbeinstellungen vornehmen. Das wäre alles. Wenn Sie noch Fragen zur Einstellung der Market Watch-List haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support unter den Kontakten in der Beschreibung. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag.